Schloss Hohen Aschau, oberhalb des Ortes Aschau, hier die Kampenwand und hier die Sommerakademie Hohen Aschau. Eine 100 Jahre alte Villa, gestaltet von einem spanischen Architekten. Im ersten und zweiten Stockwerk finden die Workshops statt. In diesen Zelten die Bildhauerkurse und hier im Park der Sommerakademie die Diana-Statue. Am Rande der Alpen gelegen hier über uns die Kampenwand und hier im Park die Zelte für die Bildhauerkurse. Und eine weitere Jägerstatue. Mit herrlichen Beugen hier und hier der Eingang zur Sommerakademie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020